Hallo alle miteinander. In all der Zeit, die ich jetzt YouTube-Videos mache, um meinen kleinen Penis zu kompensieren, kommt ein Kritikpunkt immer und immer wieder. Meine Sprachauswahl. Ich bin der Meinung, dass es vollkommen egal ist, wie ich etwas ausdrücke. Nur weil ich viele Kraftausdrücke benutze und ich nochmal gerne Kraftausdrücke benutze, wird dadurch die Aussage ja nicht falsch. Passt mal auf. Die Gottdrecksverfickte Erde ist rund. Ja, sie ist immer noch rund, sie wird nicht plötzlich flach. Also, wie ich etwas sage, hat keine Auswirkung auf das, was ich sage. Aber ich kriege immer wieder Kommentare, wie zum Beispiel diesen hier von Thomas. Du sagst, was hat meine Wortwahl mit meinen Argumenten zu tun? Eine ganze Menge. Deine Argumentationsweise hat folgende Problematik. Wer sich fragt, woher dieser Schnucke-Kommentar kommt? Gut, es gibt natürlich eine Vorgeschichte. Ich habe zufällig einen Kommentar von Thomas gefunden. Und der Kommentar von Thomas besagte, dass Atheisten in der Beweisschuld wären, wenn sie sagen, es gibt keinen Gott. Charmant, wie ich nun einmal bin, habe ich in meiner üblichen Sprachart gesagt. Gut, wenn eine Aussage so lange als richtig angesehen wird, bis der Gegenbeweis erbracht ist, dann kann ich ja behaupten, ich bin Gott und Thomas trägt Mädchenkleider. Darauf hat sich Thomas etwas mokiert und dann schließlich den Kommentar geschrieben, den ihr gerade gehört habt. Allerdings hat Thomas, oh Freude, oh Freude, zum selben Thema ein Video rausgebracht. Es ist sehr kurz, man kann es sich eben schnell angucken. Und darum möchte ich auf dieses Video in einer höflichen, formalen Art antworten, um Thomas zu zeigen, dass auch wenn ich keine bösen, bösen Wörter benutze, die Aussagenlogik dieselbe bleibt. Also dann, willkommen zu meinem ersten politisch korrekten, freundlichen und sauberen Video. Der Atheist, der selber keine Beziehung zu Gott hat, fordert von dem Christen einen Beweis für die Existenz Gottes ein. Das bedeutet, dass der Atheist den Glauben des Christen an einen lebendigen Gott infrage stellt und fordert dementsprechend auch die Beweise dafür, da der Christ sonst unglaubwürdig für den Atheisten ist. Aber auf der umgekehrten Seite kann der Atheist nicht beweisen, dass Gott nicht existiert. Aber er fordert einen Beweis von den Christen ein für die Existenz Gottes. Wer ist denn jetzt in der Beweislast? Der Atheist oder der Christ? Ich sage, der Atheist. Weil der Atheist stellt doch die Gläubigen infrage. Also muss der Atheist auch konkrete Beweise haben für die Nicht-Existenz Gottes. Die Situation stellt sich also wie folgt dar. Wir haben zwei Personen, die eine sagt, ja, Gott, den gibt es. Und die andere Person sagt, nein, Gott, den gibt es nicht. Und laut Thomas ist die Person, die sagt, nein, Gott, den gibt es nicht, in der Beweisschuld. Ich möchte das Ganze einmal aus dem spirituell-religiösen Raum rausnehmen und in den kalten Raum der Mathematik verlagern. Um euch da ein wenig was über Aussagen zu erklären. Es gibt zwei Arten von Aussagen. Zum einen deklarative Aussagen und zum anderen negierende Aussagen. Eine deklarative Aussage haben wir hier. Genauer gesagt haben wir zwei deklarative Aussagen. Wir haben einmal die Aussage 2 plus 2 ist 5. Und zum anderen die Aussage 2 plus 2 ist 4. Diese Aussagen sind spezifisch. Es wird genau festgelegt, welche Parameter wir haben und was dabei rauskommt. Es wird bei Thomas ja auch nicht gesagt, es könnte einen Gott geben. Ich weiß nicht, welchen, aber den gibt es. Sondern er redet speziell vom lebendigen Gott, also dem Gott der Bibel. Jesus, Jahwe oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Das heißt, es werden spezielle Angaben gemacht. 2 plus 2 ist 5 oder 2 plus 2 ist 4. Das heißt, alle anderen Ergebnisse als die Aussage, die man getroffen hat, wären falsch. Wenn 2 plus 2 3 wäre, liegen beide falsch. Jetzt haben wir ein anderes Beispiel. Die Aussage 2 plus 2 ist 5 bleibt stehen. Aber die andere Aussage wird abgeändert zu 2 plus 2 ist ungleich 5. Das heißt, diese Aussage ist eine negierende Aussage. Sie sagt nicht mehr, 2 plus 2 ist eine ganz spezielle Zahl, die es unbedingt sein muss. Diese Aussage sagt einfach nur, 2 und 2 ist nicht 5. Und die Beweisschuld liegt hierbei in der deklarativen Aussage. Das Warum ist ganz einfach. Die deklarative Aussage macht eine spezifische Angabe. Während die negierende Aussage einfach nur sagt, diese spezielle Aussage ist nicht richtig. Wenn ihr nicht versteht, warum die Beweislast bei der deklarativen Aussage liegt, dann bringe ich das Ganze mal aus der Mathematik raus in ein Beispiel der echten Welt. Hierzu nehmen wir einmal mich und Thomas her. Wir haben mich mit meiner deklarativen Aussage, Thomas hat mein Fahrrad geklaut, und Thomas mit seiner negierenden Aussage, ich habe Fingerts Fahrrad nicht geklaut. Gehen wir zuerst einmal die Argumentationsreihe so durch, wie es normalerweise gemacht werden würde. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die deklarative Aussage die Beweislast hat und gucken, was passiert. Müsste ich beweisen, dass Thomas mein Fahrrad geklaut hat, müsste ich zunächst einmal beweisen, dass ich ein Fahrrad besessen habe. Ich müsste zum Beispiel Fahrradschlüssel vorlegen können oder eine Kaufquittung oder Fotos von mir und dem Fahrrad. Das heißt, irgendein Beweis, dass dieses Fahrrad überhaupt existiert hat. Dann müsste ich beweisen, dass Thomas irgendwas damit zu tun hat. Ich habe meinetwegen irgendwas von Thomas am Tatort gefunden. Das heißt, er hat sein Portemonnaie verloren, seine Armbanduhr, Haare, Zellen, irgend sowas. Das heißt, ich müsste zum einen beweisen, dass mein Fahrrad existiert und zum anderen, dass Thomas etwas mit dem Diebstahl zu tun hat. Kann ich nicht beweisen, dass ich überhaupt mein Fahrrad hatte oder kann ich nicht beweisen, dass Thomas mein Fahrrad geklaut hat oder etwas damit zu tun hat, dann gilt die Aussage von vornherein als falsch, da die Grundeinheiten der Aussage, mein Fahrrad wurde geklaut und Thomas nicht eingehalten werden können. Ich hatte entweder kein Fahrrad oder es wurde nicht von Thomas geklaut, weil Thomas am Zeitpunkt wahrscheinlich nicht da war. Würden wir die Route gehen, die Thomas vorschlägt, hätten wir folgendes. Thomas macht die Aussage, ich habe Fingerts Fahrrad nicht geklaut. Das heißt, ich stelle eine Behauptung auf, für die keine Indizien gesucht werden müssen, weil sie einfach als wahr angenommen wird. Und Thomas ist so lange schuldig, bis er mir die Unschuld beweisen kann. Was entgegen aller Gesetze dieser Welt ist, aber das nur nebenbei. Wir haben also hier Thomas, der sagt, ich habe das Fahrrad nicht geklaut und er muss für die entsprechende Zarzeit ein Alibi vorlegen und muss beweisen, dass er niemanden engagiert, das Fahrrad zu klauen und muss beweisen, dass er kein baugleiches Fahrrad besitzt und so weiter und so weiter. Das heißt, Thomas würde zwangsläufig dazu verurteilt werden, mir das Geld für ein neues Fahrrad zu geben oder was für Diebstahl in Deutschland gerade ansteht, weil er seine Unschuld nie zu 100% beweisen kann. Er könnte jemand angeheuert haben oder er könnte ja trotzdem das Fahrrad irgendwie noch hergeholt haben oder, oder, oder. Das heißt, es läuft leider Gottes darauf raus, dass wenn man die Route geht, die negierende Aussage ist in der Beweispflicht, man kein Ergebnis bekommt, weil die deklarative Aussage immer leicht abgehalten oder leicht abgeändert werden kann und dann wären alle negierenden Aussagen falsch. Das heißt, wir müssen die deklarative Aussage, das heißt in diesem Fall, Thomas hat mein Fahrrad geklaut oder im anderen Fall ja, Gott existiert, als die Aussage nehmen, die die Beweislast hat. Das heißt, ich muss Argumente vorbringen, warum Thomas mein Fahrrad geklaut hat, Beweise, dass mein Fahrrad existiert hat und Indizien, dass Thomas das Fahrrad geknommen hat. Ob es nun gute Indizien sind oder nicht, ist erstmal außen vor, aber um eine Behauptung zu stützen, muss man diese Behauptung untermorren können. Es reicht nicht zu sagen, du kannst das Gegenteil aber nicht beweisen und darum habe ich recht. Das heißt für Thomas allerdings auch, dass wenn jemand sagt, Gott gibt es nicht, er in der Beweislast ist. Also Thomas, der sagt, doch Gott gibt es, da Thomas die deklarative Aussage hat. Ich möchte das an dieser Stelle beenden, weil ich mich mittlerweile anfange zu wiederholen. Du siehst Thomas, ich kann sehr höflich argumentieren, ich war sehr freundlich, habe niemanden beleidigt, wurde nicht laut, habe nichts als Tatsache angenommen, sondern mich nur auf die reale Welt berufen. Also dann, das war es fürs erste von mir, euch noch einen total töften Tag und einen knorkigen Abend. Tschüssi!